Ich kann es eigentlich noch nicht so richtig fassen, ein Rind für 120.000 zu verkaufen ist ein Novum in Deutschland, für mich persönlich natürlich auch. Mich freut es einfach für den Verkäufer, verdient der Lohn für seine Arbeit in den Stellen. Mich freut es aber auch für den Käufer, der mir vorher schon gesagt hat, dass es Kalb unbedingt haben will. Wenn das denn so passt, ist es natürlich hervorragend. Das war fast unser Limit. Der Respekt war etwas höher, aber mit 110 Ebenen und einem Mal zu 120, das war fast unser Limit. Was ich heute erlebt habe, das hätte ich auch in meinen kühnsten Träumen nicht geglaubt. Es war einfach der Wahnsinn. Ich habe keine Worte dafür. Es ist ziemlich unieke. Sie ist die Nummer 1, Gimnas, daughter, weltweit. Sie ist Nummer 6, TPI Heifer in Europa. Sie hat knapp 300 Punkte über Petrindex und TPI. Sie ist ein bisschen anders. Wenn wir auf alles schauen, sieht man sie mehr als die anderen. Das ist der Grund, warum wir sie haben. Absolut zufriedenstellende Auktion heute Abend. 100%ige Verkaufsquote bei so einer Top-Qualität. Super Stimmung, das Publikum hat super mitgemacht. Wir hatten Käufer hier aus verschiedenen Nationen. Ja, und dann springt der Funk einfach über. Nur geil! Komm an!